Charles, merktet Ihre Lordschaft unerlaublich der Suche. Eine kurze Weile zum Rasten. Habe nun schon mehr als fünf Stunden die Ehre, die Gerechtschaften ihrer Lordschaft durch den Film der Besten zu tragen. Gute Chance, wir werden hier rasten. Fitzgerald hat bestimmt nichts gegen ein kleines Beutchen einzuwählen. Wer bin der Milot? Fitzgerald? Ich habe mir erlaubt, dem Pferden den Namen Fitzgerald zu geben. Very nice. Finden Sie mich da? Ich werde es eher als Eigenging bezeichnen. Ob wir hier wohl Indianergräber finden? Ich weiß nicht, Sir, ob die Indianer ihre Toten an solch ungastischen Orten zu bestatten pflichten. Nevertheless werden wir erst einmal hier umsehen. Sir, da kommen Reiner. Oh, das sind doch die Banditen, die das Dynamin dabei hatten. Wir müssen sie festnehmen und den Sheriff übernehmen. Sir, habe mir erlaubt, Sie zu zählen und durfte dabei feststellen, dass wir beide in der Minderzeit sind. Oh, also Pissi. Na, und was mache ich jetzt? Erlauben Sie mich vorzuschlagen. Sollte Mr. Hawkins informieren? Oh, Mr. Hawkins informieren. Gute Idee. Komm her, Fitzgerald. Wir sind in der Haube. Ja, Fitzgerald, sehr gut. Oh, gehen Sie mich vor, Charles. Wir sind dick hinter Ihnen. Fast, Fitzgerald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.